Den hast du gleich zu lesen. Malenverbot, Berufsverbot, Essverbot, Trinkverbot. Ich hab mir das nicht ausgedacht. Mich haben sie beauftragt, das Malenverbot zu überwachen. Ich bin am nächsten dran. Die glauben, dass Malen gefährlich ist. Die glauben, dass ich gefährlich bin. Wir werden zusammenarbeiten, Sigi, gegen uns beide. Da kommt keiner an. Wollen wir zusammen malen? Du sollst ihn beobachten, aber du darfst da nicht malen. Brauchbare Menschen müssen sich fügen, mein Junge. Aus dir machen wir was Brauchbares. Wo willst du hin? Du musstest deinem Vater sagen. Du hast dich vor ihm gezeigt. Angeboten hast du dich ihm. Du bleibst stehen. Kommst du wieder? Du musst ihm helfen! Die werden ihn umbringen, ist euch klar. Er hat dir gezeigt, wie man Schmerz meint. Max! Ich tue nur meine Pflicht. Und wenn sie dir befehlen, mich umzubringen, dann tust du das auch. purely mit dem Wohlersen. Und wenn man du mitanget брitt, identity ist, glaube ich. Du bist nicht nur meine Pflicht. Untertitelung des ZDF, 2020